Herzlich willkommen zum Online-Kurs Einkommensteuer. Die Einkommensteuer ist wichtig für viele andere Steuerarten und muss deshalb speziell gelernt werden. Und insbesondere werden wir natürlich eingehen in diesem Online-Kurs auf die Einkunftsarten. Hier also die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, die Einkünfte aus Gewerbebetrieb, diese besonders, nämlich die laufenden und die einmaligen Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Dann natürlich Einkünfte aus der Selbstständigen und der nicht-selbstständigen Arbeit, Einkünfte aus Kapitalvermögen, aus Vermietung und Verpachtung und die sonstigen Einkünfte. Wir werden das besprechen, worauf es in der Einkommensteuer ankommt, was für deine Prüfung wichtig ist. Ich würde sagen, viel Spaß mit diesem Online-Kurs.